Die Fabianne, die werden drei Mal Kaffee füttert, das heißt vorm so um 8, um 12 und um 3 Uhr. Die Fabianne essen wir mal alles, was hier essen wir mal ein bisschen mehr, bei uns gibt es gekochte Fleisch und so etwas gekochte Eier. Die Fabian trinken an der Tage ungefähr 250 bis 300 Kilo Schüter und ich sehe, die sind richtig satt, da trinken sie etwas mehr, wenn sie satt, da trinken sie etwas weniger. Was ist los? Ja. Das ist noch guter, oder? Immer noch, immer noch, immer noch. Lianna, 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 Lianna. Lianna, 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 Lianna. 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 Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, 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 Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna, Lianna. Lianna, 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 Lianna. Lianna, Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Lianna, Lianna. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020